Wir setzen einen deutlichen Schwerpunkt auf die Pflege und Gesundheit. Da ist in den vergangenen Jahren schon eine Menge passiert, insbesondere bei den Leistungen für Pflegebedürftigen. Und ich möchte an dieser Stelle Hermann Gröhe ganz herzlich danken. Lieber Hermann, du hast mit großer Energie unser Gesundheits... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Auch von mir ganz persönlich herzlicher Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.